SWR 2 Aula Vor kurzem sagte unsere Familienministerin Renate Schmidt, Konjunktur, Krise und Arbeitslosigkeit drohten die Kinderarmut zu verschärfen. Derzeit lebten rund 1,45 Millionen Kinder in Deutschland von der Arbeitslosen- und Sozialhilfe. Ähnlich dramatisch schätzt auch der Kölner Politikwissenschaftler Christoph Butterwege die Situation ein. Seiner Meinung nach könnte in den nächsten Jahren jedes fünfte Kind betroffen sein, wenn kein staatliches Umsteuern stattfindet. Butterwege gehört zu den renommierten Armutsforschern in Deutschland. Immer wieder warnt er vor der Infantilisierung der Armut. Immer wieder versucht er, die Politiker zum Kurswechsel zu bewegen. In der Reihe SWR 2 Aula beleuchtet Butterwege die Ursachen der Kinderarmut und zeigt Gegenstrategien auf. Zu dem Thema Kinderarmut in Ost- und Westdeutschland möchte ich zuerst das Ausmaß und die Erscheinungsformen der Kinderarmut ein wenig beleuchten. Anschließend zu den Ursachen kommen und vor allen Dingen dann natürlich auch überlegen, wie man dem Problem der Kinderarmut am besten entgegenwirken kann. Weltweit wächst die Armut gegenwärtig, besonders unter Kindern und Jugendlichen, aber auch der Reichtum. Diese soziale Polarisierung lässt sich in modifizierter Form auch in der Bundesrepublik beobachten. Aber natürlich sind die Erscheinungsformen andere als in der sogenannten dritten Welt. Armut in Bangladesch oder in Burkina Faso ist etwas anderes als Armut in der Bundesrepublik. Gleichwohl kann Armut in einem so reichen Land wie der Bundesrepublik bedrängender und bedrückender sein. Einfach dadurch, dass die Armen stigmatisiert werden, dass es sehr schwer ist, in einer Konsumgesellschaft als Armer all diese Güter nicht zu haben, die andere haben. Stigmatisierungsprozesse sind besonders für Kinder vorhanden, dann, wenn sie in der Bundesrepublik zwischen Nike und Nokia leben und infolgedessen sehr viel stärker als in einem armen Land die Solidarität anderer nicht haben, sondern mithalten können müssen an Konsumgütern und natürlich bei Spielkameradinnen und Spielkameraden vielleicht weniger angesehen sind, dann, wenn sie über solche Konsumprodukte nicht verfügen und Statussymbole nicht haben. Das heißt, Kinderarmut in der Bundesrepublik tritt weniger spektakulär auf, nicht indem Kinder und Jugendliche an den Straßen verhungern, wie man das etwa in Kalkutta finden kann, sondern in eher subtilen Formen. Kinder verfügen über weniger Konsumprodukte. Kinder haben vielleicht morgens, wenn sie in die Schule kommen, noch kein Frühstück zu sich genommen. Das Essen reicht zumindest an vernünftigen Mahlzeiten in der Familie nicht bis ans Monatsende. Fast Food, schlechte Ernährung, das sind Begleiterscheinungen von Armut, die natürlich kaum auffallen, zum Teil auch Lehrerinnen und Lehrern und Erzieherinnen nicht, so dass das Problem Armut bei Kindern und Jugendlichen in der Bundesrepublik ignoriert wird. Zum Teil wird es auch bewusst verschwiegen. Es wird tabuisiert. Man möchte diese Stigma der Armut nicht auf sich nehmen. Wenn Armutsforscherinnen und Armutsforscher zum Beispiel in eine Schule kommen und wollen Kinder, die ja selber auch die Spezialisten für ihre sozialen Probleme sind, befragen, dann werden sie von Schulleitern und von Lehrerinnen und Lehrern an eine andere Schule geschickt und es wird gesagt, bei uns gibt es keine Kinderarmut. Gleichwohl ist sie vorhanden und sie fällt häufig noch nicht mal dann auf, wenn sie besonders massiv zutage tritt, auch in der Form, dass Kinder in Sozialhilfehaushalten leben. 1,08 Millionen Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren lebten im Jahre 2003 in Sozialhilfehaushalten. 2 bis 2,8 Millionen Kinder und Jugendliche sind arm, wenn man andere Kriterien anlegt. Denn der Sozialhilfebezug ist ein sehr schlechtes Kriterium, um Armut zu messen, weil ein hoher Anteil, man spricht in der Armutsforschung von 50 bis 100 Prozent der Menschen, die eigentlich Sozialhilfe beantragen könnten und sie auch bekommen würden, stellen einen solchen Antrag nicht. Sei es, weil sie zu stolz sind, weil sie eine falsche Scham verspüren, weil sie nicht informiert sind darüber, dass sie Sozialhilfeleistungen in Anspruch nehmen könnten. Oder sie fürchten vielleicht auch, dass Verwandte vom Sozialamt in Anspruch genommen würden, diese Sozialhilfe zurückzuzahlen und stellen aus diesem Grunde keinen Antrag. Armut, Einkommensarmut, bemisst man in der EU danach, ob jemand weniger als 60 Prozent des durchschnittlichen Haushaltsnettoeinkommens zur Verfügung hat. Arm kann man aber auch definieren dadurch, dass man eher qualitative Maßstäbe anlegt. Denn Armut ist natürlich mehr als nur wenig Geld zu haben. Armut bedeutet in verschiedenen Lebenslagen benachteiligt zu sein, Defizite aufzuweisen. Und deshalb geht der Lebenslagenansatz, den ich vertrete, von der Untersuchung verschiedener Lebensbereiche der Menschen aus. Ein Kind wird zum Beispiel benachteiligt sein im Gesundheitsbereich, im Bildungsbereich, in der Freizeit, aber auch im Wohnbereich. Man kann zum Beispiel ein Defizit in einer dieser Lebenslage vielleicht so festmachen, dass man davon ausgeht, dass ein Defizit, eine Unterversorgung dann vorliegt im Wohnbereich, wenn ein Kind heute kein eigenes Zimmer zur Verfügung hat. Dies führt zu bestimmten Benachteiligungen. Beispielsweise kann der Kindergeburtstag nicht in der Form stattfinden, dass andere Kinder eingeladen werden. Die Wohnung ist vielleicht auch zu klein dafür. Die Folge davon ist, dass Kinder auch bei anderen Spielkameraden, Schulkameraden nicht eingeladen werden. Und wir haben das Problem der Isolation. Wir stellen fest, dass diese Kinder aus sozial benachteiligten Familien nicht in dem Maße integriert sind, wie das sonst bei anderen Kindern der Fall ist. Das wäre ein Beispiel dafür, wo Defizite in einer solchen Lebenslagedimension vorhanden sind. Und wenn in zwei von vier Lebenslagebereichen Defizite Unterversorgung vorhanden ist, dann spricht man in einem solchen mehrdimensionalen Armutsansatz von einer Unterversorgung bzw. von Armut. Kinderarmut in Ost- und Westdeutschland ist, was die Ursachen angeht, sehr, sehr stark bestimmt von zwei Prozessen. Einerseits der Wiedervereinigung 1989-90 und andererseits dem, was Globalisierung genannt wird. Ich will deshalb zunächst einmal beleuchten, welche Rolle die Vereinigung von DDR und Bundesrepublik gespielt hat in diesem Zusammenhang. Damals wurden zwei Länder miteinander vereint, in denen ganz unterschiedliche soziale Institutionen vorhanden waren, in denen es aber auch eine ganz unterschiedliche Wohlfahrtskultur gab. Während in der alten Bundesrepublik die männliche Alleinernährerfamilie dominierte, war in der DDR schon sehr früh das Leitbild der Vereinbarkeit von Beruf und Familie vorhanden. Es gab Kinderbetreuungseinrichtungen schon in sehr frühem Lebensalter. In die Krippen brachte man sein Kind schon den Seuchling ab zehn Wochen. Und es gab verschiedene Maßnahmen des Staates, Mütter zu unterstützen. Es gab auch in den Kombinaten zum Teil sogar Tages- und Nachtkindergärten für Schichtarbeiterinnen. Das heißt, es war sehr viel einfacher als in der alten Bundesrepublik, in der DDR Beruf und Familie miteinander zu verbinden, zu arbeiten, erwerbstätig zu sein und gleichzeitig Kinder großzuziehen. Dies waren ganz andere Rahmenbedingungen, als man sie in Westdeutschland hatte. Nach der Einheit 1989-90 veränderte sich die Situation im Osten Deutschlands. Auf der einen Seite wurden viele Kindertagesstätten geschlossen. Krippen waren nicht mehr wie vorher flächendeckend vorhanden. Es musste Geld dafür bezahlt werden, das man häufig nicht hatte, das man vor allen Dingen deshalb nicht hatte, weil es in einem verstärkten Maße Arbeitslosigkeit gab, wovon vor allen Dingen Frauen und Mütter betroffen waren. Denen wurde nämlich nach der Einheit häufig zuallererst gekündigt. Und das heißt, die Situation in Ost- und Westdeutschland, die vorher unterschiedlich war, diese Situation besonders für alleinerziehende Mütter glich sich an. Es glich sich auch an, das Ausmaß von Armut. Insgesamt denke ich, dass nach der Vereinigung die Massenarbeitslosigkeit das Hauptproblem war. Hauptbetroffene, die Kinder von Alleinerziehenden, mehr Kinderfamilien und dies allerdings dann mehr im Westen, die Familien von Migrantinnen und Migranten. Man hatte die Hoffnung nach 1989, 90, es würde so etwas geben wie ein zweites Wirtschaftswunder. Es würde neben den Errungenschaften des sozialistischen Arbeiter- und Bauernstaates, nämlich das Recht auf Arbeit und Wohnen, es würde daneben entsprechende Konsumangebote, die vorher fehlten, geben. Es würden eigentlich die Wohlstandsniveaus sehr schnell erreicht werden, die man im Westen hatte. Das Bild von den blühenden Landschaften, das Bundeskanzler Helmut Kohl geprägt hatte, das steckte in den Köpfen. Und die Hoffnung war groß, dass es im Grunde Armut, Unterversorgung, Elend nicht mehr geben werde in diesem wiedervereinten Deutschland. Aber sehr schnell zeigte sich, dass die Werbebotschaften des Westfernsehens auch die Wahlversprechen der Politiker von einem wachsenden Wohlstand für alle, dass diese Botschaften nicht realisiert werden könnten. Soziale Errungenschaften gingen verloren und die Sozialpolitik diente weniger als Bindeglied zwischen beiden Landesteilen als zur Abfederung des Vereinigungsprozesses. Man spricht in der Armutsforschung von Transformations- oder Umbrucharmut und hatte dann die Hoffnung, dass eine solche Erscheinung, wie sie nach 1990 in Ostdeutschland feststellbar war in den neuen Bundesländern, dass diese Umbrucharmut vorübergehender Natur wäre, dass sie schnell zu beseitigen wäre. Aber es zeigte sich, dass eher ein sozialer Paternoster-Effekt eintrat. Die einen wurden nach oben befördert und die anderen nach unten. Neben denjenigen, die man vielleicht als Gewinner der Einheit bezeichnen kann, gab es andererseits auch die Verlierer der Einheit. Und zu den Verliererinnen und Verlierern gehörten häufig erwerbstätige Mütter, denen eben nach der Wende der Arbeitsplatz genommen wurde. Transformationsarmut, zurückgeführt zuerst auf eine Erblast des SED-Regimes oder verharmlost als Randerscheinung des Vereinigungsprozesses, setzte sich fest. Diese Armut war auch eher das Resultat einer falschen Sozialpolitik, die glaubte, mit wenigen Maßnahmen, vor allen Dingen im Bereich der Arbeitsmarktpolitik, das Problem der Massenarbeitslosigkeit in den Griff bekommen zu können. Zwar stieg die Sozialleistungsquote in den ostdeutschen Bundesländern Anfang der 90er Jahre stark und man versuchte auf unterschiedliche Art und Weise vor allen Dingen die aufkommende Langzeitarbeitslosigkeit in den Griff zu bekommen. Aber es breiteten sich in weiten Teilen Ostdeutschlands auch Armut und Elend aus. Abstiegsprozesse erfassten frühere DDR-Bürgerinnen und Bürger und man kann eigentlich Züge traditioneller wie auch moderner Armutslagen feststellen. Es gab Pauperismus im klassischen Sinne, verbunden mit Apathie, Resignation und Isolation, aber auch Alkoholismus und Resignation auf der ganzen Linie. Dies waren Erscheinungen, die sich dann schon ab 1997 deutlich wieder auf dem Vormarsch befanden. Denn es gab einen niedrigeren materiellen Wohlstand als zumindest im Westen. Und der Vergleich mit der DDR oder der Vergleich mit früher realsozialistischen Ländern in Ost- und Mitteleuropa, der hinkte deshalb, weil in einer Arbeitsgesellschaft wie der früheren DDR Massenarbeitslosigkeit, regionale und soziale Disparitäten etwas waren, was die Menschen zutiefst verunsicherte. Und davon waren natürlich auch Familien und damit auch Kinder sehr, sehr stark betroffen. Die Steuern stiegen. Es gab den Solidaritätszuschlag. Es wurden die Mineralölsteuer, die Versicherungssteuer, die Erdgassteuer, die Tabaksteuer und auch die Mehrwertsteuer erhöht. Aber trotz dieser Steuererhöhung waren im Grunde die Probleme nicht auszuräumen, sondern die Einheit kostete mehr Geld, als vorher vermutet und berechnet worden war. Was zum Teil auch mit der Politik der Treuhandanstalt zu tun hatte. Denn es wurden zum Teil die Filetstücke der Kombinate an Westinvestoren für relativ günstiges Geld vergeben. Und das heißt, es zeichnete sich bald eine soziale Polarisierung im vereinten Deutschland ab. Die einen wurden ärmer, die anderen reicher und es wurden Gewinnsteuern, die Körperschaftssteuer, auch der Einkommensteuer, Höchstsatz ob gewerfliche Einkünfte, nach dem Standortsicherungsgesetz sogar gesenkt.